Die brechen gerade ein Einkaufszentrum, so wie Lidl ein. Die brechen, die brechen, die brechen, die brechen. Oh Allah. Ja, das war. guckt die retten noch da sind sechs leuchten noch hier drinnen da sind noch sechs leuchten hier drinnen die retten die doch guck mal keine feuerwehr kein gar nichts das ist hinter unser haus alles so schutt und asche schutt und asche wir haben keinen strom wir haben kein wasser wir haben nichts wir haben kein essen und die familie angehörigen da kommt einer raus da kommt einer raus guck mal es gibt keinen krankenwagen es gibt keinen krankenwagen guck wir haben rausgeholt wir haben rausgeholt weiß ob sie tot ist oder nicht aber wenn sie tot wäre würden sie sagen das sind noch welche das sind noch welche drinnen schweig 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 schweig